UN-Zukunftsgipfel verabschiedet Pakt für die Zukunft. Wie er umgesetzt werden soll, bleibt Geheimnis des Augenblicks. Karin Leukefeld sprach mit dem langjährigen UN-Diplomaten und ehemaligen beigeordneten Generalsekretär Hans von Sponnek über den Pakt für die Zukunft. Der von der 79. UN-Generalversammlung mehrheitlich angenommen wurde. Die Autorin erreichte von Sponnek in Kopenhagen, wo er mit Richard Falk, dem langjährigen UN-Diplomaten und Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete, ihr gemeinsames Buch vorstellte. Der Titel lautet Liberating the United Nations – Die Vereinten Nationen befreien. Karin Leukefeld Im Rahmen der diesjährigen UN-Vollversammlung hat ein zweitägiger sogenannter Zukunftsgipfel der Staats- und Regierungschefs der 193 Mitgliedstaaten in New York stattgefunden. Ein Pakt für die Zukunft der Vereinten Nationen wurde auf 30 Seiten, in fünf Kapiteln und 50 Maßnahmen präsentiert. Kennen Sie das Papier, um das es geht? Hans von Sponnek Ja, der Zukunftsgipfel hat stattgefunden. Die Generalversammlung hat am 22. September eine Paktresolution verabschiedet mit der Ziffer A-79 L.2. 143 Länder stimmten dafür, sieben Länder waren dagegen. 15 Länder enthielten sich der Stimme. Was die Welt in diesem Dokument zu lesen bekommt, ist eine beeindruckende Wunschliste, eine sogenannte Aktionsliste. Sie deutet an, dass Staatsoberhäupter wohlwissen, was multilateral im Argen liegt und wo Reformen dringend anstehen. Leukefeld, nennen Sie bitte einige Beispiele. Von Sponnek In Teil 2 des Paktes geht es um internationalen Frieden und Sicherheit. Aufgelistet sind einige Aktionen, also Maßnahmen. Aktion 13 besagt beispielsweise, wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um friedliche, integrative und gerechte Gesellschaften aufzubauen und zu erhalten und die Ursachen von Konflikten anzugehen. Weiter geht es mit Aktion 14. Wir werden alle Zivilisten in bewaffneten Konflikten schützen. Und Aktion 16 verspricht, wir werden die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen den Mitgliedstaaten fördern, Spannungen abbauen, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten anstreben und Konflikte lösen. Es erinnert an das Lied von ABBA, I have a dream. Nehmen wir diesen ambitionierten Vorschlag in Aktion 39, der im Entwurf des Paktes sagt, Wir werden den Sicherheitsrat reformieren, in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, um ihn repräsentativer, inklusiver, transparenter, effizienter, effektiver, demokratischer und rechenschaftspflichtiger zu machen. In dem nun verabschiedeten Pakt sind nur noch Bruchstücke davon übernommen worden. Leukefeld, es werden also große Ankündigungen gemacht. Gibt es auch Vorschläge, wie man das umsetzen will? Von Sponnek Genau das ist der Punkt. Wie soll das umgesetzt werden? Besonders die Frage, wie die Reformen der UNO-Strukturen, also des Sicherheitsrates und der Generalversammlung, umgesetzt werden sollen, bleibt Geheimnis des Augenblicks. Für mich ist diese lange Aktionsliste nicht mehr als eine Erinnerungshilfe. Sie kann nützlich sein für die lange Reise der Reformen auf einer verminten Straße, die voller Schlaglöcher ist. Bundeskanzler Scholz hat in seiner wohlmeinenden Rede sehr kurz zu den Reformherausforderungen Stellung genommen. Unter anderem meinte er, die UNO dürfe nicht an einem Status Quo kleben bleiben. Da hat er recht. Es stimmt auch, dass Afrika, Asien, Lateinamerika besser vertreten sein müssten, wie er sagte. Die vielleicht wichtigsten Aussagen von ihm waren für mich, es muss verhandelt werden. Kein Land darf mit Maximalansprüchen diese Verhandlungen blockieren. Die Generalversammlung muss über die Reformen des Sicherheitsrates entscheiden, so die Worte Scholz. Allerdings hatte ich von dem Bundeskanzler mehr Inhalt und konkrete Hinweise erwartet, wie verfahren werden soll, um etwas zu erreichen. Immerhin ist er der Vertreter des Landes, das zusammen mit Namibia die Federführung für die Vorbereitung des Gipfels innehatte. Leukefeld, warum wurde diese Aufgabe an nur zwei und dann gerade an diese beiden Staaten übertragen? Von Sponnek, es war Generalsekretär Guterres, der den Vorschlag gemacht hat, Namibia und Deutschland mit den Vorbereitungen zu beauftragen. Warum er das so entschieden hat, ist mir nicht bekannt. Leukefeld, Sie haben 32 Jahre als deutscher Diplomat bei den Vereinten Nationen gearbeitet und waren zuletzt, von 1998 bis 2000, als beigeordneter Generalsekretär im Irak, für das UN-Sanktionsprogramm Öl für Nahrungsmittel verantwortlich. Sie waren bereits UN-Diplomat, als Deutschland noch gar nicht Mitglied bei den Vereinten Nationen war. Haben Sie an dem Pakt als langjähriger und sehr erfahrener UN-Diplomat mitgearbeitet? Von Sponnek, einen direkten Kontakt zwischen dem Auswärtigen Amt und mir bezüglich der Vorbereitungen für den UN-Gipfel hat es nicht gegeben. Im Jahr 2016 ist im Herder Verlag ein Buch mit dem Titel »Wir sind UNO« erschienen. In diesem sind 45 deutsche Staatsangehörige erwähnt, die in den Vereinten Nationen lange tätig waren. Ich bin unter den dreien, die zur ersten deutschen UNO-Generation gehören. Zwei sind inzwischen verstorben. Der Herausgeber Dr. Eckhard Grieb, heute Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen DGVN, schrieb in seinem Vorwort, dass buchwürdige Menschen, die das UN-System lebendig halten, durch ihr persönliches Engagement, ihren Idealismus, ihre politische und fachliche Kreativität und ihr kritisches Hinterfragen. Mir ist aufgefallen, dass heute in Sachen Vereinten Nationen häufig Personen um Stellungnahmen gebeten werden, die oft gute Beiträge liefern, die aber nie in der UNO gearbeitet haben. Diejenigen aber, die jahrelang als UN-Insider im Feld oder in den Zentralen gearbeitet haben, kommen kaum zu Wort. Ist das eine bewusste Entscheidung oder Zufall? Ich weiß es nicht. Und nein, ich kann nicht sagen, ob das Auswärtige Amt mit den erwähnten Personen in dem eben erwähnten Buch Kontakt aufgenommen hat. Ich war jedenfalls nicht dabei. Leuke Feltz, Sie haben mit Professor Richard Falk, der viele Jahre für die Vereinten Nationen Sonderberichterstatter in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten war, ein umfangreiches Buch zur Reform der UN vorgelegt. Welche Themen sind wichtig? Von Sponnek, der nun offiziell akzeptierte UNO-Reformenkatalog, benennt ein breites Netz dringend notwendiger Reformen. Unser Buch basiert auf einem ähnlichen Katalog und benennt zudem Prioritäten als Basis dafür, wie dieser Reformprozess entwickelt werden muss. Das wichtigste Thema ist der Sicherheitsrat. Er ist die leitende Einheit der UN und muss erweitert werden. Wichtig sind die Fragen des Vetorechts und das Verhältnis zwischen Sicherheitsrat und Generalversammlung. Es ist offensichtlich, dass die Generalversammlung unzufrieden mit dem Sicherheitsrat ist, weil er sich als unfähig erweist, sein wichtigstes Mandat der UN-Karte erfolgreich umzusetzen. Nämlich für Frieden, für militärische und menschliche Sicherheit zu sorgen. Es gibt immer mehr Mitgliedstaaten, die dem Sicherheitsrat das Entscheidungsrecht entziehen wollen. Die Generalversammlung muss mehr Entscheidungsautorität bekommen. Es geht auch um den internationalen Gerichtshof und insgesamt um mehr Rechenschaftsverpflichtungen. Leukefeld. Ihr Buch wurde im Juli von der Stanford University Press in Englisch veröffentlicht und trägt den Titel Liberating the United Nations – Die Vereinten Nationen befreien. Was muss geschehen, um die UNO zu befreien? Von Sponnek. Zunächst muss das Völkerrecht als Rahmen für multiliterales Handeln verpflichtend anerkannt werden. Nichtbeachtung muss Folgen haben. Jede Form des Unilateralismus, das heißt einseitiges Handeln eines Staates im ausschließlich eigenen Interesse, muss aufhören. Dazu gehört auch die auf die Interessen des Westens zentrierte Einseitigkeit. Beides muss aus den Vereinten Nationen entfernt werden. Alle UN-Mitgliedstaaten müssen Verpflichtungen aus der UN-Karte einhalten, die sie mit ihrer Mitgliedschaft eingegangen sind. Dazu gehört auch die Verpflichtung, den internationalen Charakter der Verantwortung des UN-Generalsekretärs und der sonstigen Mitarbeiter zu achten und nicht zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen, so zu lesen in der UN-Karte im Kapitel 15 Artikel 100 Absatz 2. Die Finanzierung der Arbeit der UN muss an die Aufgaben angepasst werden, die die Generalversammlung und einzelne Mitgliedstaaten der operationalen UNO stellen. Und zur Befreiung der UNO gehört auch, was Richard Falk und ich nicht leichtfertig geschrieben haben. Wir erwarten, dass die Reformdiskussion, die nun offiziell und ernsthaft begonnen hat, unseren Beitrag beachtet. Und zwar in dem Verständnis, dass wir unsere sorgfältigen Recherchen in Bezug zu unseren eigenen UNO-Erfahrungen setzen. Karin Leukefeld, vielen Dank für das Gespräch. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Deine Untertitelung des ZDF, 2020